Unsere Aufgabe ist es, ein Term für diese gelbe Fläche aufzustellen. Und das möchte ich ein bisschen ausführlich erläutern. Erstmal zur Grundregel. Wie mache ich? Also es geht hier um Flächen. Erst selber probieren und dann... Also die eine Flächenformel, die jeder kennen sollte, ist, wenn ich hier x und hier y habe, bei einem Rechteck, mache ich einfach die Fläche a ist x mal y. Gut, das ist die Fläche. Dann die nächste Regel, nächstkompliziertere. Ich habe ein Dreieck. So ein Dreieck. Dieses Dreieck hat immer eine Höhe. Die Höhe steht senkrecht auf einer Grundlinie. Ich habe eine Höhe und eine Grundlinie g. Und ich habe die Formel a ist 1 halb mal g mal h. Eine Sondergeschichte ist das rechtwinklige Dreieck. Ich könnte beim rechtwinkligen 3, könnte ich mir hier die Höhe suchen. So, hier die Höhe, rechter Winkel, die Grundlinie. Tue ich aber nicht. Ich nehme die Seiten. Ich nehme x als Höhe. Genau, mal wieder weg. Dann geht es leichter. Dann sieht man es besser. Ich sage hier, ich habe ja hier auch eine Höhe. Und dann habe ich hier x und habe hier y. Und jetzt habe ich a ist 1 halb mal, die Grundlinie ist y mal y mal x. Das kann man sich ja auch so vorstellen. Das ist die Hälfte von diesem ganzen Rechteck, das ich ja hier schon mal hatte. Und ganz gut ist jetzt noch so ein Parallelogramm. Weil das kommt da oben auch vor. Ein Parallelogramm. Wenn ich jetzt hier, hier habe ich x und hier habe ich y. Und das ist nicht x mal y. Sondern ich brauche hier wieder eine Höhe h. So. Eine Höhe h, die auf der Grundlinie senkrecht steht, auch wenn die da gar nicht mehr ist. Und dann habe ich a ist x mal h. Also Höhe mal Grundlinie. Gut, das war alles nur so am Rande. Ich könnte es auch... Nö, lasse ich stehen. So. Hier habe ich also diese Länge ist a. Die ganze Länge ist a plus b. Deswegen gehe ich davon aus, dass es b ist. Ich möchte es auf zwei Methoden machen. Ich mache es jetzt mal hier mit diesem Parallelogramm. Dann kann ich sagen, a ist die Höhe. Das ist a. Mal b. Fertig. Auch möglich wäre, indem ich sage, ich nehme dieses ganze Rechteck und ziehe dann zwei... So. Hier. Und ziehe diese grünen Dreiecke ab. Wenn man gerade diese Parallelogrammformel nicht parat hat, ist das zwar komplizierter, aber vielleicht schlichter. So. Die ganze Geschichte. Also a ist gleich. Die ganze ist ja Länge mal Breite. a plus b mal a. Das wird jetzt nicht zu viele werden. a plus b mal a. Minus. Und jetzt das Dreieck hat hier ja die Höhe a und die Länge a mal 1 halb. Und das sind zwei davon. Ja mal so. 1 halb mal a mal a und minus das andere Dreieck minus 1 halb a mal a. Das sollte das gleiche sein wie das blaue. Schaut im Moment noch nicht so aus. Lässt sich aber, wenn ich den Platz habe, zeigen. a ist... Ich habe hier ja so... Das kann ich da rein multiplizieren. Also a Quadrat plus a b. Minus 1 halb a Quadrat minus 1 halb a Quadrat. Das sind Quadratmeter. Ein halber Quadratmeter abziehen. Ein halber Quadratmeter abziehen. Ja, da fällt er weg. Üblich bleibt a mal b. Ui, das gleiche, was da oben schon war. Also mit zwei verschiedenen Methoden die gelbe Fläche berechnet. Das, was ich hier habe, ist das gelbe.